ja erst mal hallo und herzlich willkommen in diesem video mein name ist tobias hier bei foto4nature ich möchte mir erst mal bei dir bedanken für dein interesse hier an dem video und möchte heute mit einem kleinen equipment tipp starten und zwar geht es um dieses gerät was ich hier vorbereitet mitgebracht oder hingelegt habe und zwar wie ihr wisst so koffer oder behältnisse für kamera equipment da kann man schnell mal mehrere hundert euro ausgeben vor allem hier so peli boxen und so die natürlich qualitativ alle top sind aber wenn es jetzt einfach nur darum geht zu hause das schön geordnet in der ecke stehen zu haben sicher geordnet und organisiert dann tut es auch etwas was eben nicht so teuer ist und vielleicht nicht unbedingt 100 prozent wasserdicht ist sondern einfach nur eben diesen zweck erfüllt und da bin ich dann irgendwann über den foto die foto toolbox von wisent gestoßen dies für 54 euro im bauhaus gibt kann man online bestellen oder halt eben im bauhaus seines vertrauens vorbeifahren kostet wie gesagt 54 euro ich habe keinen bezug zum bauhaus oder so ich verdiene da nichts dran das ist wirklich mal ein ehrlicher und offener tipp eben weil es günstig ist und weil es seinen zweck vollkommen erfüllt ich habe jetzt hier beispielsweise also der kommt dann ist natürlich hier schon von mir eingerichtet wenn du den kaufst dann musst du dir vorstellen dass hier diese dieser schaumstoff eben im ganzen koffer verteilt ist und dann kannst du dir den selbst nach deinem eigenen dafür behalten nach deren eigenen vorstellen kannst du dir das dann irgendwie zurecht zurecht basteln und daneben dein dein kram richtig geordnet da rein machen finde ich super weil ich habe ich habe davon mittlerweile glaube ich fünf stück und das zum beispiel jetzt hier so einer wo jetzt objektive und nd filter drin habe und ich habe beispielsweise ein ich habe die auch beschriftet hier immer oben und an einer seite damit ich das auch immer sofort sehe was jetzt wo ist und habe jetzt hier zum beispiel in koffer nummer eins habe ich meine meine hauptkameras und weiß wenn ich jetzt eilig habe brauche ich eigentlich nur den karten den koffer mitnehmen und habe eigentlich alles was ich brauche das heißt ist ich spiele immer dieses rumgesuche und ja wie gesagt ist es sitzt wackelt hat luft und wenn es so ein bisschen die preise kennt da draußen 54 euro kann man sich überhaupt nicht beklagen also wenn euch noch so was fehlt dann bauhaus link zu diesem koffer unter dem video keine angst und damit war es das auch schon und ich bedanke mich für deine aufmerksamkeit und ja hoffentlich sehen wir uns im nächsten video wenn du fragen hast hämmer sie hier unten im kommentarbereich ich antworte garantiert und ja vielen dank noch mal und es wird mich sehr freuen wenn wir uns schon bald hier auf foto von nature wiedersehen oder hören oder lesen bis dahin alles gute dein tobi